Na Leute, ich bin's wieder, euer YouTuber der verspäteten Magazin-Reviews. Dieses Mal mit dem Lego-Comic Nummer 106 für 4,99€ mit unserer Special-Mini-Figur, einem Coruscant Guard Trooper und der limitierten Karte Nummer 16. Sammelt die eigentlich wirklich jemand von euch? Sind die irgendwas wert? Bringen die was? Ihr könnt sie mal unten reinschreiben. Ich meine, die einzigen Karten, die wirklich was wert sind, sind die limitierten Karten von Rex. Ich glaube, Boba Fett auch. Na ja, egal. Auf jeden Fall, wir bekommen hier einen Airsplay 2. Super schönes Kartendesign, wie ich finde. Leider kommen diese Karten immer durch das Magazin so ein wenig geknickt an. Aber dann gut, ich lege die einfach zu den anderen Karten hin. Vielleicht werden die in der Zukunft irgendwas wert sein. Der Grund, warum wir uns dieses Magazin kaufen, ist natürlich dieser Klon-Schock-Truppler. Ich versuche ihn natürlich wieder möglichst schonend hier abzukriegen. Das hier ist übrigens der gleiche Schock-Truppler wie auch in dem neuen Battle-Pack. Heißt, wir können den super kombinieren damit und uns eine kleine Armee aus Schock-Truppler mit diesem Magazin bauen. Das ist ja auch die Intention von allen von uns. Gut, machen wir das Ganze hier einmal auf. Wir haben hier die wunderschöne Papiertüte und das fällt uns auch der Inhalt schon entgegen. Ich hoffe ja wirklich jedes einzelne Mal, dass wir einen Missprint bekommen auf dem Helm. Auf dem Torso habe ich es noch nicht gesehen, aber auf dem Helm ist es ja weiter im Umlauf als auf dem Torso. Es sieht aber so aus, als hätten wir hier keinen Missprint. Und so, Fokus, Fokus jetzt Helm, Fokus Auto Helm. Da, keinen Missprint, leider Gottes. Ich sage es euch Freunde, wenn eines Tages mal der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich einen Missprint in so einem Magazin bekomme, dann schmeiße ich hier die Party des Todes auf dem Kanal. Hier nochmal der Schock-Truppler für euch im komplett aufgebauten Zustand. Unter dem Helm haben wir das aktuelle Standard-Clone-Face. Hier nochmal die Rückseite, ein Basic-Schock-Truppler eben. Dieser Schock-Truppler wird auf jeden Fall eine sehr feine Edition to meiner Collection. Kommen wir jetzt zum Magazin. Da haben wir hier einmal die Vorderseite. Schlagen wir das Ganze auf. Hier haben wir Werbung für Lego City. Ultimative Flucht-Challenge. Ich meine, das sind auch dieselben Sets wie im letzten Comic. Dann haben wir hier drüben das Inhaltsverzeichnis mit Comic, Poster, Poster, Rätsel, 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 Spiel, Action, Extra, Comic, Info, Fanpost und Vorschau slash Impressum. Für die Leute, die nicht wissen, wie man eine Schock-Truppler mit der Figur aufbaut, ist hier auch nochmal eine Abbildung und ein paar Auszüge aus den Comics. Das erste Comic beginnt dann auch gleich auf der nächsten Seite hier mit dem Comic Verteidiger der Druiden. Ich habe das Comic vorher mal durchgeblättert und so wie es aussieht, verteidigt den Jan in diesem Comic die Druiden. Wie der Titel ist unschwer verrät. Ist jetzt nicht die spannendste Geschichte, ist auch absolut nicht einer meiner Lieblingsserien. Von den bildlichen Darstellungen her finde ich das jetzt nicht so ansprechend. Und Werbung für Lego Ninjago mittendrin im Comic. Das erinnert mich immer an die Super-ATL-Sendungen von damals, wo man gerade mittendrin in der Geschichte war und dann einfach Werbung. Dann geht es hier weiter mit dem Comic. Da fangen die dann dieses komische Monster, was die Druiden angreift. Die Geschichte ist echt lang, also die streckt sich über einige Seiten hinweg, bis sie schließlich auf Seite 15 dort endet. Ach ne, korrigiere, es endet auf Seite 16. Sogar noch eine Seite mehr. Furchtbar, so viel Text zum Lesen. Und dann bekommen wir hier auch schon das erste Poster, auf jeden Fall die erste Hälfte des Posters. Mit unserem guten Edinden Jaren slash The Mandalorian. Jetzt nicht unbedingt das Poster, was ich mir aufhängen möchte. Was hingegen schon viel cooler ist, ist das Poster unbegrenzte Macht mit Darth Sidious. Ohne Pupillen leider. Aber es sieht trotzdem richtig, richtig nice aus mit diesem schönen schimmernden Blau hier und dem imperialen Logo im Hintergrund. Ich liebe das wirklich. Das Ding bekommt für mich 10 Punkte und das andere Poster von mir 5. Weiter geht's mit Werbung für die Lego Star Wars Magazine von Blue Ocean natürlich. Da könnt ihr dann das Abo abschließen auf deren Seite No Product Placement. Hier drüben geht's dann weiter mit unserem Rätselspaß. Über verschiedene Rätsel aufgeteilt, was die jetzt genauso alles beinhalten. Dort lest es euch durch. Oder kauft das Comic am besten selber. Ich hoffe, ihr habt's ja mittlerweile getan, weil für diese Schocktruppler Minifigur geben wir gerne euch Euro 99 aus. Auf der nächsten Seite geht's mit unserem Rätselspaß weiter. Diesmal mit heiße Jagd auf Endor. Das ist offensichtlich einfach nur ein Labyrinth, wo ihr einen Strich durchmachen müsst. Dann haben wir hier noch Duell der Macht. Das sieht sehr kompliziert aus auf den ersten Blick. Ich würde aber mal grob vermuten, dass ihr da einen Würfel dazu braucht. Weiter geht's dann mit Ghost ist zurück. Wahrscheinlich ein bisschen Werbung für die Ghost. Und hier drüben dann nochmal ein kleines Vergleichsbilderspiel. Finde die Fehler in dem oder dem Bild. Und was haben wir hier noch? Wie viele Snapfighter findest du auf dieser Seite? Trage die Anzahl in diesen Kasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15. Ich hoffe, ihr habt den da unten mitgezählt. 16, 16. Also wenn ihr Lösungen braucht, gerne schaut meine Videos. Da gibt's die Lösungen immer sofort mit dabei. Weiter geht's hier dann mit dem Rätsel schnell zum Tempel. Wo der Schocktruppler unterwegs ein paar Brüder von sich einsammeln muss. Bis er dann letztendlich den richtigen Weg findet. Und passt zu diesem Rätsel geht es dann weiter mit dem Comic Der Tempelgeist. Das wahrscheinlich interessantere Comic für euch in diesem Comic. In dieser Geschichte geht es darum, dass ein Klon Trooper quasi einen Geist vortäuscht. Und dann ein anderer Schocktruppler fälschlerweise dann den Imperator als einen Geist betitelt. Der dann erstmal gebrutzelt wird. Und dann ein paar nette Aufgaben übernehmen darf. Und dann endet es leider schon. Ein kurzes dreiseitiges Comic. Ich glaube, das hätte man auch sehr weiter ausbauen können. Aber nein, wir müssen uns ja mit einem Langcomic von Din Djarin abgeben. Weiter geht's dann mit legendären Jedi Yoda, Obi-Wan Kenobi und Luke Skywalker. Ein bisschen Biografie oder Geschichte hinter dem Charakter. Finde ich sehr, sehr nett. Wir hatten das ja schon mal mit Starships. Rechts davon eine meiner Lieblingsseiten. Galaktische Bilder. Also Fanpost. Wir kennen es ja alle. Ich zeige es euch nochmal. Alles wunderbar in die Kamera. Der hier unten sieht ein bisschen aus wie Jeff the Killer. Soll aber wahrscheinlich Kylo Ren sein. Und dann können wir hier unten nochmal mega gewinnen. Dreimal. Ja, wir haben vier Rebel Base. Also wenn ich das gewinnen würde, ich würde es nicht als Gewinn betrachten, dieses 4+. Und auf der nächsten Seite haben wir dann hier oben Werbung für das nächste Comic mit einer Collectible Card. Wer hätte es gedacht? Und Chewbacca. Weil wir haben ja noch nicht genügend Chewbaccas in unserer Sammlung. Wir brauchen natürlich noch einen. Da weiß ich ja sofort, welches Magazin von den beiden sich besser verkaufen wird. Hier unten haben wir dann nochmal die Lösungen für die ganzen Rätsel. Und Werbung für das Nergo-Comic. Auf der letzten Seite dann nochmal Werbung für Avengers. Das Magazin. Ab jetzt überall im Handel. Gut. Und an sich, was ist mit dem Comic? Der offensichtliche Hauptkaufgrund? Klar, es ist der Schocktruppler. Und vielleicht für die Kartensammler auch noch die Azolezo-Karte. Ich hoffe, dieser kurze Einblick in das Comic hat euch soweit gefallen. Wenn ihr aus dem Video gerne eine positive Bewertung da habt. Und abonniert den Kanal. Kaufzent frei, um nichts mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.